...die Xbox One, ja? Darüber, dass die 100 Euro teurer ist als die PS4 und dann auch noch so richtig scheiß Features rauftragt. Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft Tackled. Wir haben uns alle lieb, und zwar der Hatsch und der Relaxation LP. Hallo. Hast du gerade die Jarl gemacht wie ein Pirat? Äh, nein, eigentlich nicht. Nein. Nicht, bei mir fällst du gerade rüber. Egal. Egal, war schon cool irgendwie. Ja, und willkommen zu Let's Play von Ritter Kremik. Hm, das könnte ich vielleicht beim neuen Assassin's Creed einsetzen. Ups. Ähm. Das könnte ich... Spoiler, Spoiler. Das könnte ich vielleicht einsetzen bei gewissen anderen Situationen. Spielen die eventuell mit Piraten zu tun haben. Äh. Zum Beispiel Monkey Island, ne? Das ist ganz so richtig. Ja, genau. Oder wenn... Wenn... Monkey Island ist toll. Ich meine, oder wenn ich hier Durchfall habe, dann mache ich auch... Arrrr. Ja, arrrr. Digi-di-di-di. Wart mal, wenn du Durchfall hast, machst du... Arrrr. Ja. Was hast du für... Was hast du bitte für einen Durchfall? Also bei mir ist der meinten lünnflüssig und nicht eckig und scharf an dich. Ich bin halt was Besonderes in gewissen Lagen. Wir reden gerade immer noch über deine Scheiße, oder? Kann das sein? Jep. Jep. Ganz tolls. Lecker. Jep. Wir reden über meine Scheiße. Ich habe... Ich habe stolze Scheiße. Du nicht? Ich weiß ja nicht. Also moderne Männer tun sowas nicht. Die nutzen ja nur Make-up. Sack. Ähm. Er hat sie kapiert. Ja. Ne? Hatsch. Moderne Männer Make-up. Ich habe es schon... Ich habe es schon verstanden. Und dann kam der Gedanke bei mir auf. Toll. Ich habe es... Wir haben es fast geschlagen. Das Ding. Ja, wie gesagt. Moderne Männer tun sowas, ne? Ha, ha. Was? Bin ich froh, dass ich aus dem Mittelalter erst stamm. Du bist modisch und modern. Und Slime. Ich sag, du bist. Ich bin nicht froh, dass ich irgendwie aus dem Mittelalter stamm. Naja. Er hat meinen Bagel. Und jetzt hat er meinen Bagel. Er hat meinen Bagel. Und jetzt sitze ich auf der Seite als Verabschung. Und... Ja. Ja. Ich sag, tasty Bagel all the time. Did you believe me? Ähm. No, I didn't believe you. Aaaaaah. In the end of the story, no one tastes this Bagel. Voll depressiv. Keiner frisst ein scheiß Bagel, man. Ja, voll traurig. Obwohl die alle Federhüte haben. Ja. Ja. Voll verhindert. Aber du hast gelöhnt, dass das kein... Ja. Kein Penis ist. Ja. Ja. Do you know what this... Und dann kommt er einfach unter dem Sägeknochen an. I mean... I... 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 Oh, what's this every time? Hey, let's pee on this tree. Yeah, let's pee on this tree. Oh, I pee on this egg. Oder wie das heißt. Hauze. Ach, corner, genau. Let's pee on this corner. Let's pee on this corner. And I... I... I'm a fucking skeleton. And... I have no penis. So I can pee. Eee. Das ist so genial. Es ist mega behindert. Es ist so genial. Ach, Mann. Ich war gerade in so einen schönen Lauf. Und dann... So ein behinderter Huckel. No one tastes this bagel. Und jetzt... Da, da, da. Huuuuh. Ich... Ich wollte damit eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass du auf die Zeit achten sollst. Ahem. Haben mich ja auch geachtet. Und wir haben mittlerweile vier... Fünf Minuten aufgenommen. Waaas? Ich sitze da hier nicht fünf Minuten dran, dieses scheiß Dach zu basteln. Gut. Das kann auch sechs Minuten gewesen sein. Also... Nooo. Wieder sechs Minuten oder fünf Minuten. Ey, Pussy. Mehr aber nicht. Mehr aber nicht. Mein Wookie. Apropos Wookie. Apropos Wookie. Ich liebe Wookie. E3. E3. E3 hatte... Hatte ein Mini-Trailer zu Battlefront zum Neuen veröffentlicht. Oh, ja. Ich will das spät. Oh, ich freue mich da so hart drauf. Von allen Dingen, es wird auch mit der neuen Frostbite-Engine sein. Ich meine, es ist auch schon DICE und... Was? Was? Oh. Ich freue mich so hart drauf, ey. Und, wozu ich mich auch noch freu, wozu ich mich auch noch hart mega ober freue, das wird das neue Battlefield sein. Boah, Battlefield 4. Ich dachte, am Anfang dachte ich wirklich, ja, das Spiel ist eigentlich nichts anderes als Battlefield 3 mit einer leicht verbesserten Grafik. Arschlägen. Der Multiplayer ist ja mal sowas von geil bearbeitet worden. Ich meine, es gibt sogar... Ich sag mal so, ähm... Ich werde mir Battlefield 4 vielleicht auch kaufen. Ja, ich hab schon vorbestellt. Und bei der Beta kann ich auch schon mitmachen. Das heißt, es wird Videos auch sofort zur Beta geben. Nö. Ich werde einer der Ersten. Darfst du Videos machen? Äh, ja. Das war, das war auch schon bei Battlefield 3 der Fall, dass man von der Beta Videos machen darf. Weil das ist ja... Multiplayer und so. Ich meine, selbst auf der... Ja, an sich, ne? So viel Spoiler ist das in der Beta nicht. Und selbst auf der E3... Also so viel Material, was du zeigst. Selbst auf der E3 wurde schon aufgenommen. Für Multiplayer, so. Da wurden dann die Highlights rausgeschnitten und dann konnte man sich die angucken. Von anderen. Ja, man konnte sich angucken. Im Internet. Im Internet. Und auf der E3 als Trailer. Haben sie dann einen Eingriff. Ja gut, wenn man auf der E3 war. Ja, da fliegt man doch immer gerne nach Amerika extra, wa? Man hat ja auch das Geld. Und die Zeit dafür. Und apropos Geld und Zeit. Die Zeit der New Generation der Konsolen bricht an. Welche Konsole holt ihr euch? Die Xbox One oder die PS4? Oder eine andere? Also ich werde mir ja persönlich die Steam Box holen. PC for life. PC for life. Obwohl Steam Box ist eigentlich voll sinnlos. Weil du nimmst deinen Rechner, schließt den Controller an und dann packst du es auf dem Fernseher. Und dann kannst du mit Big Picture Steam machen. Und dann hast du die selbe Konsole. Das ist korrekt. Es ist eigentlich völliger Schwachsinn. Und es ist auch noch so teuer, man. Wie teuer ist denn die? PC for life. Also ich habe irgendwas von 1.000 Euro gelesen. Bis jetzt. Was? Wird bestimmt noch zum Release günstiger, aber das ist schon krass. Guck mal, da beschwert man sich über die Xbox One, ja? Darüber, dass die 100 Euro teurer ist als die PS4. Und dann auch noch so richtig scheiß Fritschers raufpackt. Und äh, dann, hallo Steam 1000? Äh? Mh, ungefähr ja. Kommt hin. Das kann ich dir irgendwie nicht abnehmen. Steam ist, ich habe meine Quellen. Und wenn die Quellen falschen, dann habe ich keine Verantwortung drüber. Da hast du dich gut rausgeritten. Kann nur von dem wissen. Ja, ja. Ich will nur so stoppen, meine Quellen. Meine Quellen. Die Quellen des geistigen Dönschüsses. Ja, genau. Auf diese Quellen würde ich auch bauen. Ich muss gerade einen Bettnamen aussuchen. Ja, ii. Ich will dann raus und da Scheiße steht. Ja, gerne. Von mir aus. Was ist das nochmal für eine Werbung? Wir bauen auf ihre Scheiße. Nein, das ist keine Werbung. Aber, äh, es gibt eine Werbung, die sagt, wir vertrauen auf ihr, äh, ne, wir bauen auf ihr Vertrauen oder irgendwie sowas. Das kommt mir dann immer in den Sinn weg. Ja, du Scheiße, was war das denn? Das ist schwer beschreiben. Wie findet er die Nunchucks? Genau. Nunchucks. Was? Apropos Nunchucks, äh, geh wegreißen, weiße Ratte. Oh Gott. Äh, apropos Wasserratten. Wie gesagt, weiße Ratten kannst du zählen, glaube ich. Also, ich hätte sie nur auf meinem Kopf gehabt, aber ich kann damit sonst nichts anstellen. Ich kann doch nicht meinen Namen geben. Es ist Relaxation LP, der Rattenflüsterer. Er selber stinkt ja auch wie ein Kulik, von daher ist es verständlich. Ein Babyskorpion, ein Babyskorpion, nie. Ähm, nochmal zurück, äh, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, so wie ich mir das, äh, andere Gewinnspiele angesehen habe, wo ich echt sagen musste, Leute, so schwer war das jetzt nicht. Äh, nochmals zur Erwähnung. Was würdet ihr euch für eine Konsole holen? PS4 oder eine Xbox One? PS4 oder Xbox One? Ihr entscheidet in euren Kommentaren. Oder, 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 oder natürlich, oder natürlich eine andere. Ein Kalender gewinnt, ne, müsstest du nur schreiben. Was hast du jetzt gesagt? Im Prinzip könnt ihr alle, im Prinzip könnt ihr alle, äh, ohne nachzudenken, gewinnen. Also, ihr müsst nur Kommentare schreiben. Kommentare! Hey! Also, wenn ihr keine Kommentare schreibt, dann bringt euch das nicht viel, ne? Genau. Oh, da sind wir die Blitze. Also, schreibt sie. Haha! Gerade verwandelt in Wehrwaffen, sofort wieder umgebracht von deinem Laser. Geiles Leben. Ja. Ich werde zum Puch! Damit ich kontrollieren, bam! Tod. Oder wenn einer so, tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich, bevor ich, okay, Puch! Doch, nicht so schnell! Boop! Ey, boop! Was zur, ein Zombie auf einem Skelett, äh, fährt, wie cool ist das denn? Ich hatte auch schon einen Zombie gesehen, der ein Stück Erde in der Hand hält! Okay, das ist einfach nur behindert. Ja, ich frag mich nur, was der gemacht hat. Übrigens, ich hab schon, ich hab schon zehn, zehn Monster getamt und, äh, das war bestimmt ein Ender-Zombie. Was war das? Klauze die Böcke. Ich, ich weiß es nicht, aber, ich glaub, Moga. Ich mag dieses Geräusch von Mogas nicht. Schon gar nicht in der Nähe meines Restaurants. Your Restaurant! Restaurant! Bitch. Und? Ist die Spinne. Also folgendes, äh, was ich grad sagen wollte, ne, was auch völlig belanglos ist. Ich hab zehn Monster getamt, kann ich mehr tamen. Nee, es geht nicht mehr als zehn. Wusste ich gar nicht. Obwohl, eigentlich, wenn ich mir überlege, wie viele scheiß, scheiß Hasen ich eigentlich hab, glaub ich, die Hasen zählen da nicht dazu. Ich glaube, doch. Die Hasen können gar nicht dazu zählen. Sonst hätt ich ja schon längst mehr als zehn, mit den Hasen nur. Und die Skorpione hier. Gut, mein Wolf jetzt vielleicht nicht mitgerechnet, aber... Hallo? Bei mir lädt sich gerade der Ender-Podge auf mit Rohholz. Das sah cool aus. Äh, okay. Mit Rohholz? Mit Rohholz hier. Das geilste ist, in der Zukunft, so weiß ich nicht, übelste Raumschiffe, die mit Hyperantrieb rumfliegen und betrieben mit Menschenfleisch. Das war doch hier, äh, es gab, gab, blablab, nicht gab, es gibt ein Sci-Fi, da wird das Schiff mit Menschengehirn betrieben. Wie heißt denn der nochmal? Hm. Ach ja, genau, stimmt. Ich glaub, ich kenn das, was du meinst. Hab ich geliebt, die Serie, die war so genial. Es war krank. Das war aber jetzt kein Anime, oder? Was? War es ein Anime? Das war eine ganz normale Serie. Nein? Echt? Ja. Nee, dann, dann kommt's mir gerade nicht so hinzu drüber. Aber, tja. Da hat mich ein Leck in den Arsch getreten. Ein verdammter Leck. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Dach nicht dem entspricht, worauf ich eigentlich dran gedacht habe. Bitte, lass es nicht der Fall sein. Hm. Eigentlich haben wir nicht, also haben wir nicht die ganzen Bäume abgerissen, um hier Platz zu haben zum Bauen und ich hätt's gerade die ganze Zeit Bäume. Jep. Weißt du auch, warum die abwachsen? Nein, nein, ich setz die Bäume her. Ich setz sie. Ach so. Ich meine nicht der Ort, wo du deine 1170, 360, äh, hier, Pflanzen da gesetzt hast mit dem komischen Transmutter, ne, ja doch, biologischen, anbaubaren Super-Transformator. Ist der nicht aus? Den gibt's doch gar nicht mehr. Der läuft nicht, der läuft auch. Ah, okay. Der läuft durch. Wie viele Folgen läuft der schon? Keine Ahnung. Genug. Der ist mittlerweile so weit, dass er sich hier langsam reinarbeite. Das ist doch schön zu wissen. Weil, ich meine, guckt euch das mal an, was für eine Schönheit der hier bastelt. Äh. Wenn ich mal hier entlang... Äh. Äh. So. Dum, 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 dum. Nee, weißt du, weißt du, das müsste man im echten Leben erfinden, weil einfach mal so eben aus einer Wüste irgendwie so ein Paradies zu machen, hätte was. Ich meine, da müssten die ganzen Leute nicht mehr, äh... dass die auf engstem Raum in China quetschen, dann könnten die auch mal nach Afrika oder so, weißt du. Da ist ja genug Platz. Das ist halt kein fruchtbares Land. Und ich meine... Nimmt man so einen Ölkonzern so, die einfach mal so aus der Tasche zu einem so eine Stadt bauen, ist auch schon krass. Nee, wir haben zu viel Geld. Wir bauen Dubai. Äh. Eine komplett... Oder gut, komplett nicht, aber eine extrem leere Stadt. Hä, das ist doch dahinter. Dubai, eigentlich ist das ja ausgeschmissen, das fehlt in dem Sinne. Nein. Also dafür für die Größe ist es sauleer, doch. Also für die Größe wirkt das wie eine ausgestorbene Stadt. Das liegt daran, dass das alles Willensinn und jeder seinen Platz braucht. Alter. Hast du mal... Dubai gesehen? Ja. Also ich hab ja Videos gesehen und da waren die Straßen teilweise einfach nur leer. Das liegt daran, dass momentan Krieg herrscht. Aktienkrieg. Krieg des 1. und des Jahrhunderts. Mit Mathe. Aber, nee, jetzt wirklich. Also, seitdem es Aktien gibt, wurde der Aktienmarkt immer mehr Krieg. Ganz ehrlich. Also, wenn man sich mal den Film Glücksritter ansieht, dann weiß man, dass Aktienmarkt gleich Krieg ist. Glücksbällchen sein. Das ist ja wunderbar. Nicht Glücksbällchen. Wir leben nicht in deiner Kindheit. Nein. Aber meine Kindheit war schön. Da gab es keine Muttersprüche. Ich wollte gerade sagen, also... Eigentlich bist du das... Hallo, das würde dir doch eher fehlen. Du bist doch so ein Sadomaso. Ich will dich verarschen. Ich gehe auf, wenn mich nicht mehr Leute meine Mutter beleidigen. Ja. Natürlich. Im Geheimen steht er auf seine Mutter. Er liebt seine Mutter. Oh Gott. Das war jetzt echt hart. Also, das ging jetzt unter die... Lippe. Brustlinie. Stirnfalte. Malzlocke. Die Zeit ist eine gute. Und wir haben tatsächlich schon unsere... Ne, haben wir nicht. Warte. Warte, haben wir nicht. Warte. Doch. Doch, doch. Wir können. Wir können in Warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn Bäume. Äh, ja, neun Bäume. Verenden. Tschüss. Tschüss. Ja, kannst. Hier. Sag deine tolle Endbegrüßung hier. End, äh, dein, dein... Ne? Ach so, ne? Tschüss.